Wir sind jetzt hier auf der Marjan Island in Rassalkaima. Es ist weit vom Stadttlärm. Perfekt für den Familienurlaub, perfekt für kleine Kinder. Das Besondere am Rixos Hotel ist unser Ultra All-Inclusive-Konzept. Der Unterschied zum normalen All-Inclusive-Konzept ist, dass alkoholische Getränke bis zwei Uhr nachts jetzt auch alle mit inklusive sind. Fast alle unsere Zimmer haben auch einen Balkon, das heißt die Familien können auch draußen sitzen und die Sonne genießen. Rassalkaima ist auch eine ganze Jahresdestination. Wir haben hier temperaturkontrollierte Pools, das heißt im Sommer werden die dann gekühlt und im Winter auch erhitzt.